Hallo und herzlich willkommen zu NUTS. Ein Spiel über Nüsse und Eichhörnchen. Das Spiel haben wir schon mal angespielt für 15 Minuten im Steam Game Festival, wie so oft. Ich habe auch das Gefühl, ich sage jedes Mal das gleiche, wenn wir irgendwas anspielen. Ich habe einen Key bekommen von Keymailer, was hier auch der Fall ist und ich habe es schon im Steam Game Festival angespielt. Aber gut, ist halt so. Bei dem heute bei ist, genau. Sagt Anki geradeaus mit der Kund. Ist das ein Spiel wie der Livestream von den Tieren? Nicht so ganz, aber ja so ähnlich. Wir gucken einfach mal rein. Ich fand die 15 Minuten auf jeden Fall sehr interessant, wie man hier im Menü schon sieht. Der Stil ist auch sehr anders als andere Spiele. Aber legen wir mal los. Wenn es noch irgendwelche Probleme gibt mit dem Ton oder so, gerne Bescheid geben. Und den ersten Lacher hatte ich schon, als ich Menü gesehen habe und dann hier Trophy gelesen habe. Aber es ist, äh, es ist Trophy. Aber das heißt ja dann, es ist dann ein Spiel für Billfert eigentlich, ne? Achso, hat er ja auch schon geschrieben, dass er nachgeguckt hat. Aber ja, stimmt. Das ändert dann ja doppelt an Billfert. Gut, legen wir mal los. Ich wünsche uns viel Spaß. Oh. Wir sind an der Bushaltestelle. Wir können aber leider die Zeit nicht lesen. Aber das ist ein großer roter Pfeil. Ich glaube, ne Nusshaltestelle. Ei, 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 ei. Prepare your Eichhörnchen und Nuss-Jokes. Vielleicht muss ich das vorher wirklich vorbereiten, dass ich vorher das ankündige. Auf dem Discord und dann könnt ihr euch schon mal so ein bisschen... Boah, die spontanen Witze sind ja eh die besten, ne? Wir folgen einfach mal diesem wie Wasser aussehenden Pfad. So, der Job. Ich hab ein bisschen Schiss. Dass es zu laut ist. Huch. Ich hab schon seit langem nichts mehr mit Maus gespielt. Maus und Tastatur. Ja gut, Legend of Keepers aber... Oh! Ich weiß. Ja, die Arbeit ist nicht groß, aber es ist eine große Möglichkeit. Ist das so ausreichend oder muss ich noch einen lauter machen? Aber dann sag ich dazu, wenn dann irgendwelche lauten Szenen kommen, dann fliegen uns wahrscheinlich die Ohren weg. Melmoth Basin Wildlife Reserve. Zelten ist nicht erlaubt. Müll ist nicht erlaubt. Pflanzen... Mit sehr komischer Haltung. Rausreißen ist nicht erlaubt. Jagen und Angeln ist nicht erlaubt. Feuer ist nicht erlaubt. Und Fahrzeuge. Sitters must be accompanied by an accredited... Accredited? Guide. No public hikes. Noch eins lauter volles Risiko. Bestimmt der Rest dazu, oder? Oder hört Andy nur schlecht? Das ist richtig. Du hast deinen sehr eigenen Forschungskaravan. Und all die Skrulls des Melmoth Forest, um dich zusammen zu halten. Oh. Wir können Tab drücken. Die Professorin erwähnte während des Bewerbungsgesprächs einen Wohnwagen. Also wo ist er? Zugang zum Melmoth Forest. Tage eins. Foto auswählen. Naja. Ja... Ich habe schon eins leiser gedreht vorhin. Aber vielleicht bin ich immer noch. Aber das kann eigentlich nicht sein. Eigentlich war ich immer auf drei... Auf drei Punkten Lautstärke, aber... Naja. So. Da ist doch der Wohnwagen. Ja. Ja. Du wirst perfekt sein. Ich schaue jetzt dein Resume. Kein Problem mit der Isolation. Beobachtliche Selbstsuffizienz. Läge Anzahlen. Ich bin ehrlich gesagt, dass du dir in deinem Wohnwagen für den Räumen bist. Das klingt ja total nach mir. So. Was haben wir hier? Warum steht denn hier so... Na gut. Das ist mit dem Wohnwagen. Deswegen sagen wir mal was an Fahrzeug. Ein paar Paletten. Benzinkanister. Ich weiß nicht, ob ich den schon aufheben möchte. Noch mal ein Schild. No public trails beyond this point. Reserve personal only. Ah. Da ist ein Schlüssel. Das heißt, wir wären noch gar nicht in den Dings reingekommen. Nachricht von Simon. Oder Simon. Guck mal, Exa-Door ist auch hier. Nachricht von Simon. Willkommen Grünschnabel. Ich musste kurz verschwinden, aber hier ist der Schlüssel zu deiner neuen Bleibe. Wäre toll, wenn du den Generator starten könntest, während ich weg bin. Halte die Stellung. Ich bin so schnell wie möglich wieder da und hole dich ab. Okay. Können wir die Karte hier mitnehmen? Kann ich die irgendwie wegpacken? Oder muss ich die? Ich kann nur eine Sache halten. Okay. Wo ist denn hier die Tür? Nach hinten. So, die Tür ist schon mal offen. Warum wird die Musik gerade so komisch? Stromgenerator. Ich weiß nicht, wie man so einen Stromgenerator anmacht. Kann ich das nicht nehmen? Kann da noch irgendwas? Ruhe. Gut. Ähm. Da führt ein Kabel lang. Das Kabel führt hier rein. Muss ich hier was drücken? Durch die Schalter. Aber wir kommen wahrscheinlich gleich erst. Mit Benzin. Kann sein. Das hier. Teilzugstarter. So. Muss ich das von unten nach oben lesen? Ich kenne mich zwar nicht aus, aber ich könnte wetten, dass Benzin hier nützlich wäre. Ich habe keinen Strom, aber im zweiten Nachstand ist das von einem Generator. Jetzt kann ich mich in meinem Knall zu Hause umsehen. Wahrscheinlich doch von oben nach unten lesen. Ganz normal. Na gut. Ist da schon Benzin drin? Gehen wir einfach mal von aus. Muss ich da rein schütten? Soll ich die Karre schütten? Achso. Da steht einfach Generator auffüllen. So. So. Was hast du? Ah. Ja. Können wir eigentlich da stehen lassen. Oder? Da ist noch irgendwas... Sollte der laufen. Haben wir uns noch was eingetragen? Ok. Da ist ein Telefon. Bitte faxen. Faxe mir diesen Meldebogen zu, sobald du einsatzbereit bist. Nina. Da ist noch eine Kamera. Eine Pfanne. Achso, so ein Kocher ist das. Gasherd. Der Fax Max und eine Tasse. Oh, Entschuldigung. Gucken wir erstmal ins Tagebuch. Sobald die Stromversorgung steht, kann ich das hier an Nina faxen. Ok. Hallo? Du hast es geschafft. Äh, es ist mir, Professor Scholz. Nina. Ist nicht die Forschungsstation feinbar? Ähm, ich möchte sicher, dass alles in dem richtigen Platz ist. Ähm, bevor wir dich in die Wilds senden. Könnt ihr nachschauen und sehen, ob ihr eine Kamera da findet? Fantastisch. Snipe ein Foto von mir, bitte? Von der ganzen Karavan? Auf the whole caravan. Kamera umschalten. Zwei. Ah. Ok. Nina möchte ein Foto vom Wohnwagen. Zeit, mich künstlerisch zu betätigen. Na gut. Was ist hier noch los? Operations Manual. Ja, das kümmern wir uns gleich drum. So. Nehmen wir mal schön irgendwo hin. So. Klingt auf jeden Fall nach einer authentischen deutschen Wissenschaftlerin. Wann kannst du den Dark Mode Einstellung spielen? Ähm, ich fürchte gar nicht. Wann mit der Kamera auch zoomen? Ne. Komm so ein bisschen in die Mitte. Boldener Schnitt. Okay. Ähm. Müssen wir das jetzt scannen? Kann ich denn hier irgendwie, haben wir hier irgendwo eine Ablage? Da ist eine Ablage. Oh, ein Schrank. Oder so. Gut, kann ich jetzt hier aus dem Dings vielleicht das Foto nehmen? Ja. Ja. Ok. Ins Tagebuch stecken. Ja. Hallo Nina. Hm. Looks like it's pretty much what I asked for. You never know with mail order. Ok. Ready to go. Take a last look at civilization. All things going well. You'll be deep in the forest for a few months to finish the study. Simon, the logistics guy, will be there any moment to pick you up. He is a bit shy, so don't worry about small talk. Oh. Sounds like he's there. Hold on to your hat. Werd er jetzt grad mit mir weg? Ohne hallo zu sagen? Ok, aber wir haben immerhin schon mal das Auto gestartet und jetzt fahren wir an unseren Ort. So Nuschis, das ist besser von der Farbe. Nuts is made by small remote team of experienced indies. The code is made in Reykjavik. The trees are planted in Montreal. The books are written in Copenhagen. The foley is recorded in Berlin. Cool. Webboard noch geschrieben. Webseite. Developer Juden. Pool. Mooch. Chao & Torfi. Location. Reykjavik. Montreal. Berlin. Kopenhagen. So, das kommt mir jetzt auch bekannter vor aus der Demo. Eh, nicht aus der, der doch eigentlich schon aus der Demo. Bitte Faxen machen. Ok. Wir gucken erstmal ins Tagebuch. Ich sollte Nina einen Fax schicken, damit sie weiß, dass ich hier bin. Ok. Bin ich jetzt schon einsatzbereit? Ein krasses walkie talkie. Wir haben unsere Pfanne. Wir haben ein cooles Board. Was ist das Schönes? Oh. Packgurte. Eine Tasse. Ein Bett. Die Anleitung. Ein Mülleimer. Drucker. Bildverbesserungsbox. Okay. Und Stuhl. So. Ähm. Niemand sonst hat noch Faxe, ja. Hallo Nina. Nina? Ich glaube, wir sind ja eben unterbrochen worden. Naja, sie wird bestimmt wieder anrufen. Was ist denn hier los? Ach, Haken. Ähm. Na? Okay. Es gibt eine Korkbord in der Karavan für deine Forschung. Mh. Bist du es da hin, ich warte. Okay, alles klar. Achso. Okay, alles klar, mach ich kurz. Warte. Äh, ja. Mhm. Okay, du kannst zurück auf das, wenn du vergessen hast, was du tun willst. Jetzt, kannst du ein kleines GPS-Defekt mit einer Antenne sehen? Ja, warte. Hab ich. Deine erste Aufgabe ist einfach. Wir wollen nur sicher, dass die Werkzeuge funktioniert. So, first find the tree I marked on your GPS. Easy. Then, place a camera nearby. Yes, exactly. Pointing towards the tree. With that done, you can head back to your research caravan. Once you're in position at home, hit record on the recorder and then, well, we wait. When the recording is finished at night, you can review it. As soon as you see the squirrel on your TV, snap a picture, print it out and fax it to me. Got it? It can take a few days to get used to the work, so don't worry, there's no urgency. You're all set? Great. Then we'll talk again soon. Alles klar, Nina. Mach's gut. So. Dosen. Warum fallen mir jetzt immer noch Sachen auf? Das ist aber so typisch ich, ne? Immer so Sachen, die ich vorher nicht gesehen hab, fallen mir dann irgendwie später wieder auf. Was ist da los? Ist da jemand? Warte, das ist der Generator. Okay. Na gut, dann machen wir das doch mal. Nachricht von Simon. Hey, Grünschnabel. Das dürfte alles sein, was du im Moment benötigst. Sieht man, dass ich an meinem Meisterwerk arbeite? Es wird die ultimative Kamerainstallation. So wie ein Haiku, nur als Skulptur, okay? Viel Glück bei deinen Forschungsarbeiten, Simon. Alles klar, danke Simon. Schön, dass du deinen Apfel da mit drauf getan hast. Den kann ich natürlich nicht so irgendwie weg tun. Okay, scheinbar nicht. Vielleicht, äh, postieren wir den Apfel einfach hier am Rand. So. Tada. Eine Kiste mit einer Kamera drin. Okay. Jetzt haben wir ihm wieder Schönes geschrieben. Meine erste Aufgabe besteht wohl darin, eine Kamera auf dem Baum umzurichten, der mit einem X markiert ist. Okay. Das krieg ich doch hin. Ist das hier der Baum? Yes. I think so. So, Kamera ablegen. Links klick. Kamera aufheben. Jetzt können wir hier mit dem Knauf wahrscheinlich noch. Aber eigentlich, ich denke, das ist gut so. Ja, das reicht. Wahrscheinlich sollte ich zu meinem Wohnwagen zurückkehren und auf den Rekord auf Aufnahme drücken. Hier ist eine Flagge. Generator. Toilettenpapier und ein Klo. Können wir das nicht lieber mit reinnehmen? Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist, das über Nacht draußen zu lassen. Was sagt ihr? Irgendwelche Toilettenpapier-Experten dabei? Aber das wird doch... Nee, oder? Das ist nicht gut. Nicht gut fürs Toilettenpapier. Naja. So, können wir mich hinsetzen? Ja, schon besser. Dann nehmen wir doch mal auf. Kann ich irgendwas drücken? Wieder auf Pause, ne? Kann das sein? Aha. Okay. Können wir da auch irgendwie reinklicken? Oder müssen wir hier holen? Kann man hier auch so... Nee, das ist Wiedergabe-Taste. Rückwärts-Taste, rückwärts abspielen. Hello. So. Wie kann ich jetzt davon ein Foto machen? Mit meiner Kamera, oder was? Hallo, Annie. Guten Abend. Wie geht's dir? Rechtsklick freigeben. So, und jetzt? Nina wird einen gefaxten Beweis für meine Fähigkeiten als Eichhörnchen-Fotograf zweifellos zu schätzen wissen. Sobald das Eichhörnchen auf meinem Bildschirm sichtbar ist, kann ich ein Bild drucken. Okay, das heißt wahrscheinlich einfach über den... Komm, wir setzen uns nochmal hin. Höö. Wir gucken einfach hier auf den Printknopf. Ja, ich bin ziemlich müde heute. Weiß nicht warum, aber... Ich bin irgendwie super müde. Aber sonst geht's mir gut. So. Und wir beobachten heute Eichhörnchen. Gut. Nehmen wir das Foto. Und... Kann ich das denn auch hier in den Müllheimer schmeißen? Wie viele kannst du drucken? 10, 100? Ich weiß nicht. Das darf ich nicht wegschmeißen, oder was? Die Nina ist aber auch, weißt du, du... Mitten in der Nacht verfackst man ihr ein Bild drüber. Die ruft instant an. Hat die nichts Besseres zu tun? Hallo, Nina. Ich weiß nicht, dass alles funktioniert wie ein Charme. Also, jetzt, was wir wirklich brauchen, ist ein Close-Up von dieser Frau nahe ihren Stash. Wir haben sie in Tretops, unter Röcken, buried underground. Anywhere, wirklich. Wenn ich diese Studie 15 Jahre vorhin... Oh, ich habe vergessen, dass ich das erwähnt? Ja, glaube ich es nicht. Panorama versucht das gleiche gleiche Bullshit in 1982, versucht, diese dammige dam zu erzeugen. Ich weiß. Aber sie werden jetzt nicht mehr, nicht mehr, dankbar zu dir. Anywhere, von meinem Arbeit nachdem, ich weiß, dass die Schwerer hier die gleiche Route jeden Tag nehmen. Also ich bin sicher, dass du ihn möglichst schnell folgern kannst. Okay. Wenn du den Schwerer in der Framme am Ende des Rekordings hast, schreibst du eine Fotos und schreibst es. Oh, und Simon hat etwas über die die extra Dinge für dich verlassen? Vielleicht guckst du es außerhalb. Okay, alles klar. Grüß Nina. So. Was ist hier los? Wir hätten uns eigentlich mal auch hier das Ding durchlesen können. Okay, was sollen wir jetzt machen? Finde das Versteck. Der letzte Forscher hat uns erzählt. Oh, wir können uns auch hinhocken. Das ist aber eine richtig tiefe Hocke. Ähm, hat uns erzählt, dass das männliche Eichhörnchen in dieser Gegend jede Nacht denselben Ort besucht. Aber wir müssen wissen, wo das ist. Denn dort befindet sich sein Versteck. Könntest du ein Foto des Eichhörns ins beim Versteck machen für unsere Unterlagen? Erstens finde heraus, wohin das Eichhörnchen geht. Stelle die Kamera auf. Drucke ein Foto des Eichhörnchen mit seinem Vorrat aus. Faxe ist Nina. Was ist mit dem letzten Forscher passiert? Ist das ein Horrorspiel? Na ja, angeblich ja die letzte Forscherin ist doch Nina, oder nicht? Oder, achso. Nee, weiß ich nicht. Channel One. Okay. Dann, äh, muss ich jetzt, wie, muss ich jetzt nachts raus oder muss ich jetzt tagsüber raus? Aber hier ist ja eigentlich nichts mehr, ne? Ich mein, das läuft nach rechts weg. Guck mal, der setzt sich so automatisch hin. Muss ich denn jetzt raus? Ah, okay. Wird einfach Tag 2. So. Was geht denn hier ab? Nachricht von Simon. Wahrscheinlich hast du ohnehin daran gedacht, aber vergiss nicht, den Bildschirm reinzubringen. Nächtlicher Tau und Elektrizität vertragen sie überhaupt nicht. Daran wurde ich neulich auf unschöne Weise erinnert. Okay. Den wollen wir reinbringen. Ach, wir haben jetzt 2, 2 Kameras. Du weißt ja, wie man sagt, Rünschnabel, das Leben ist ein Fluss, man sollte ihn einfach fließen lassen. Allerdings habe ich ihn scheinbar etwas zu sehr fließen lassen. Ich habe beim ersten Shop glatt ein paar Sachen vergessen. Äh, beim ersten Stopp. Aber jetzt habe ich alles für dich dabei. Alles klar, danke Simon. Und 2 Kameras. Wohin will dieses Eichhörn? Ich werde Nina informieren, sobald ich es weiß. Nehmen wir mal noch hier das Kassettengerät mit, Diktiergerät. Und tun die Kassette da rein. Ich glaube, jetzt ist es gut ein Zeit, wie ich Ihnen sage, was wir eigentlich tun hier tun. Der Viago-Institut, der Ort wir arbeiten für, machte IMPACT-Studies. Ja, genau. Construction companies müssen die Studie wie dieser, um das legally verletzten, zu bauen, zu tun. Und dieser ist von einem Entity wie Panoramacorp. Sie wollen eine ludicke, 5-star-Condopläche hier, called Panoramaland. Ich weiß. Und sie haben etwas wie das 15 Jahre vorhin versucht. Aber meine Forschung in den nativen Skrurl-Habitaten hat das geholfen, weil unsere fluffige kleine Skrurl sind als eine gefährliche Spezies. Also, dein Arbeit hier könnte helfen, das Raum zu schützen, für die Skrurl zu leben. Insofern, ich bin wahrscheinlich der Ere-Fühl. Lass uns zurück zum Arbeit. Wir haben ein Eichhörnchen. aufgenommen. So, Diktiergerät. Wie kann ich das denn wegstecken? Ähm, so. Was heißt denn das jetzt? Also, das Eichhörnchen läuft ja immer den gleichen Weg. Das heißt, wir können eigentlich, ich meine, es macht ja eigentlich Sinn, je mehr wir sehen, desto besser ist es doch, oder? Dann sehen wir es auf jeden Fall von hier irgendwie darüber laufen. Hier blinkt immer noch der Baum. Ich darf nicht vergessen, wo ich die Kameras hinstelle. Ach nee, die werden mir angezeigt, offene Wien. Dann ist es nicht so schön. Was zeigt das jetzt hier nochmal? Den Stein, den Baum und die paar Büsche da. Ich platziere die jetzt einfach mal hier und dann gucken wir mal, wo es hinläuft. Würde ich sagen. Was können wir denn mit den blöden Äpfeln da machen? Können wir die nicht irgendwo bestören mich da? Warum kann ich die nicht in den Mülleimer packen? Warum ist mein, warum habe ich nur einen Papiermülleimer bekommen? Wenn es einfach neben die Toilette, oder? Weiß nicht. War jemand von euch schon mal campen? Weiß jemand, was man mit Äpfeln macht? Eigentlich schmeißt man die einfach irgendwo hin, oder? Sieht dann so aus, als hätten wir auf dem Klo die Äpfel gegessen. So. Das wird doch von den Tieren gegessen. Scheiße, meins, die kommen dann alle hier hin? Da ist meine Äpfel auf. Ich will eigentlich zumachen. So, Betriebshandbuch. Was ist eigentlich hier? Drucker. Der Printorator. Könnte auch vom Möpor sein. In der Easy-Serie. Bietet auf Knopfdruck hochwertige Druckqualität. Jetzt mit Syncwave-Integration für kabelloses, automatisches Drucken. Funktionen. Printorator L4F340. Vielleicht nicht nur Eichhörnchen. Bären. Himbeeren. Oh, oh. Und der Faxmax. Kann Seiten blitzschnell senden und empfangen. Einfach oben aufs Gerät hin und schon geht's los. Seite oben auf dem Faxmax abzulegen genügt und schon wird sie automatisch an den Empfänger gesendet. Das Gerät weiß natürlich vorher schon, an wen es gesendet werden muss. Einmal eine Kamera. Die Porta Cam SW250. Eichhörner. Okay. So, Zielrichten mit Griff ausrichten. Der Fernseher. Der, was ist Porta Vision? Ultraleichter, tragbarer Bildschirm. Der sieht wirklich ultraleicht aus. Im SyncMaster 300. Der SyncMaster 300. Das ultimative, kabellose Syncwave-Wiedergabe-Gerät. Kann bis zu sechs verschiedene Geräte verbinden und synchronisieren. Nicht schlecht, du. Sind das Eichhörnchen, wenn sie erwachsen sind? Eichhörner? Wahrscheinlich. Würde ich schon sagen. Das war's. Können wir es wieder umklappen? Ne. Jetzt umklappen. So. Gut. Dann drücken wir doch mal oder drücken wir auf Record? Ich würde schon sagen. Das hier mal drüber. Ich will das alte Ding nicht mehr sehen. Ein Schwebeblatt. Na ja, gut. Okay. Dann nehmen wir mal auf und gucken. Also, ich muss wieder auf Play drücken. Wo bin ich? Hier ist Channel 2. Guck mal, da ist es. Okay, es rennt hinter die Büsche, hinter dem Baum. Okay. Wir haben es verloren. Dann, äh, würde ich sagen, müssen wir die Kameras nochmal umstellen. Also. Das Tier ist hier irgendwie lang gelaufen, oder? Läuft da gerade eins? Ja. Das ist irgendwo hier links rein, ne? Ins Gewüsch. Können wir dann vielleicht hier irgendwie so einen Gesamtblick kriegen? Über dieses gesamte Gebiet. So. So. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen ins Detail gehen. Irgendwo da hinten in den Gebüschen drinnen. Wenn ihr ein Eichhörnchen wärt. Ach nee, ich bin ja hier alleine. Wenn ich ein Eichhörnchen wäre. Wo würde ich meine Nüsse verstecken? Also, ich laufe dann hier so hin. Dann gucke ich mich hier so um. Oh, was ist denn hier los? Sind das vielleicht die Nüsse, die wir suchen? Schickstellen, oder? Ich meine, ich will jetzt auch nicht so Paparazzi-mäßig. Aber muss ich jetzt? Aber sie will ja ein Bild haben, ne? Es reicht nicht, dass ich es jetzt gefunden habe. So richtig unauffällig. Dün, dün, dün. Dann, dass wir gerade so ein bisschen durch den Baum durchgucken. Oder sollen wir von dem Stein oben runter filmen? Das wäre ja auch ein schönes Bild. Guck mal, hier mit so einer schönen Schwebe. Schwebekamera. Das sind nicht die Nüsse, die ihr sucht. Paparazzi oder Paparazzi? Ein geplatztes Eichhörnchen? Nee, der Eichhörnchen-Kacka. Nein, das sind doch die Nüsse, oder nicht? Und eine Feder. Höckchen. Aber jetzt ist es bestimmt das falsche Nest von einem anderen Eichhörnchen. Eicheln. So könnte man sie auch nennen. Gut. So, dann nehmen wir das mal auf für die Nina, weil die will das ja wieder sehen. Das reicht ja nicht, wenn wir sagen, hier, guck mal, ich habe die gefunden. Nee, Nina sollte ein Bild für ein Foto haben. Sind wir denn damit zufrieden? Ja, ne? Oder es geht. Kann man auch zoomen mit der Kamera? Was ist eigentlich da noch? Was ist das denn? Naja, was soll's. Was ist eigentlich hier so ein Headset? Nee, ist das nicht. Bild Verbesserungsbox. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Weiß nicht, was das macht. Na gut. So. Dann drücken wir mal auf Rekord. Und gucken mal, was unsere Kameras so schönes aufgefangen haben. Das dauert jetzt ein bisschen, weil jetzt läuft das Eichhörnchen erst hier vom Baum. Läuft hier so runter. Und dann kommt's gleich hier irgendwo. Von hier? Eingerutscht? Da. Da ist der Verbrecher. Wieder nach links rum. Und da ist er. Auf frischer Nuss ertappt. Na scheiße. Jetzt haben wir das Eichhörnchen so von hinten. Verdammt. Aber ich meine, das ist doch irgendwie doof, ne? So die Kamera so exakt davor stellen und dann so auf so... auf ihn drauf gucken lassen. Das ist ja auch irgendwie doof. Aber haben wir denn noch ein schöneres... Nein, stopp. Halt. Wie bedient man dieses Gerät? Leider. Hoin, hoin, hoin. Ach komm, egal. So. Äh, Channel 1. Genau, Channel 1. Und drucken. So. Perfekto. Nina, ich hoffe, du schläfst noch nicht. Hier kommt dein... Eichhörnchen. Hallo, Nina. Ich hab dich erwartet. Interessant. Sieht, dass dieser nicht sehr weit in die Wurzeln geht. Aber hey, es ist im Mittwoch der Nacht. Na. Geh zu schlafen. Okay, alles klar. Tschüss, Nina. Mach's gut. Okay. Äh, so. Da ist unser... Verbrecher. Ist das vielleicht ein Date-Spiel? Wer weiß. Ich muss mich an Nina ran machen. Vielleicht will ich auch nur die Eichhörnchen. Und ich glaube, ich soll mich schlafen legen. Was sagte mein Tagebuch hier? Nichts. Beider. Okay. Dann ab ins Bettchen. Schlaf gut, Leute. Oh, Telefon. Lassen Sie ein bisschen warten. Nicht immer direkt dran gehen. Hallo, Nina. Let's try something a little more challenging. Ja. We know that some squirrels build their nests, trays, a little bit further away from their nutstashes. Mhm. According to my records, this one can go pretty far. So do be prepared for this task to take quite some time. I updated the location on your GPS. Good luck. Alles klar, dankeschön. Mach's gut, Nina. Schön war... War schön, mal eine Stimme zu hören. Ja, okay. So, äh... Aufgabe 3. Kann ich denn hier die Aufgabenblätter wegschmeißen? Feldforscher, Arbeitsblatt. Bitte was? Erweiterte Eichhörnchenüberwachung. Wir haben ein weiteres Eichhörnchen, das sein Versteck geändert hat, seit unserer letzten... Seit unser... Letzten... Seit unser letzter Forscher im Wald war. Oh, Mann, ey. Du musst herausfinden, wo sich das neue Versteck befindet. Aber sei gewarnt. Der kleine Kerl ist gewitzt. Es kann also sein, dass das Versteck irgendwo ist, wo du es nicht erwartest. Schön, eine andere Stimme zu hören. Mensch, ich bin doch hier im Roleplay drin. Ich hab hier schon ewig... Das ist schon drei Tage her. Ich hab hier... Simon ist nicht hier. Den hab ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Der macht mir immer nur Zettel an Kästen dran. Und Hallo, Jan. Punkt. Herzlich willkommen auf diesem Stream. Und ansonsten hör ich immer nur Nina am Telefon. Und die legt immer auf direkt. Okay, mach ein Foto vom verstecktes Eichhörnchen. Faxe Sanina. Warte auf weitere Anweisungen. Alles klar. Muss ich gerade überlegen. Aber der Jan war glaube ich auch vom Möpohr, oder? Vom Möpohr, Mel und so. Oder verwechsle ich das gerade? Oder warst du eher von Annie? Hm. So, äh, sie hat gesagt, sie hat mir das Eichhörnchen Zorn auf Möpohr, okay, alles klar. Ähm, sie hat gesagt, sie hat mir den Ort markiert. Achso, meine Kameras stehen da noch rum. Also falls du dich fragst, was wir hier machen, Jan, äh, wir spielen hier Nuts. Das ist ein Spiel mit sehr, ähm, ein Spiel mit sehr ungewöhnlichen Artstyle. Und wir sind hier in einem Waldstück mit so geschützte Eichhörnchen hausen. Und wir sollen die die Eichhörnchen beobachten, deren Verhalten festhalten. Damit nicht eine, ein großes Unternehmen hier ein ein Fünf-Sterne-Resort hinbaut. Oh nein, ne, ich kann immer nur eine Kamera tragen. Verdammt. Okay. Also, Nina hat uns einen Ort markiert, wo das Eichhörnchen zu sehen ist. Das wäre hier. Das ist exakt dieser Baum. Jetzt wäre natürlich die Frage, ob wir ein möglichst großes Gebiet abstecken, damit wir möglichst wenige wenig Zeit dafür verschwenden, dieses Eichhörnchen zu checken. Wie wäre es denn, wenn ich hier wieder auf den Stein gehe? Habe ich eigentlich sowas wie so eine Unfallschutzversicherung oder so? Wo ich von so einem glüppschigen Stein ausrutsche? Und wenn wir das jetzt einfach mal hier so irgendwie drauf halten. Die Frage sehe ich so genug? Hoffe jetzt einfach mal, dass das Eichhörnchen in diese Richtung läuft. Oder soll ich eher in zwei... Aber ich glaube nicht, dass das hier ist ja überall Zaun. Da wird es nicht hinrennen. Und es wird wahrscheinlich auch nicht zu dem Ding rennen, wo das andere Eichhörnchen ist, weil die wollen bestimmt nicht ihre Nüsse teilen. Sie hat ja gesagt, das Eichhörnchen ist ein gewitztes Eichhörnchen und versteckt seine Nüsse gerne an komischen Orten. Kein Eichhörnchen lässt doch seine Nüsse so offen rumliegen, oder? Naja. Kann ich denn hier... Hier scheint ja ein Fluss zu sein. Kann ich hier einfach drüber? Oder... Achso, das ist das, das ist der Fluss. Oh, da kann man über die Steine hüpfen. Oh, die Kamera, die zeigt hier in die Richtung. Oh, die Kamera. Was hat sie gesagt? Ein Kogel? Ist schon mal das Wort Kogel? Oh, hat das Wort Kogel gesagt? Eigentlich vergraben die Nüsse. Ich weiß es ehrlich gesagt, ich bin echt nicht so... Ich bin echt nicht so Eichhörnchen-kundig. Pilze scheinbar. Hat sie Kogel gesagt? War es nicht Kobel? Was geht denn da ab? Okay. Das ist Kamera 1. Okay, wir stellen Kamera 1 jetzt einfach mal hier so hin. So. Kobel. Aber ja, es ist ein Nest. Hm, okay. Eigentlich könnten wir schon nach oben gucken. Ist halt die Frage, ob wir dann direkt irgendwie so ein orangenes Oh, was ist das? Auf meinem GPS ist ein neuer Baum markiert. Ich sollte ihn ausschönen und herausfinden, wohin seine Eichhörnchenbewohner nachts geht. Ja, an der Klippe in der Nähe ist es bloß und findet ein Boot. Vielleicht sollte ich Nina ein Bild davon schicken. Hm, okay. Hühnchen. Alles klar, hab ich gemacht. So. Die Frage ist halt, wir könnten ja wahrscheinlich auch das Nest schon finden. Ich weiß noch nicht, ob das das Sinn des Spiels ist, dass wir einfach vorher schon das Nest suchen, ohne das Eichhörnchen uns das Nest zeigen zu lassen. Aber gut. Wie komme ich denn jetzt am schnellsten nach Hause? Nicht irgendwo hoch? Oder schon? Bestimmt nachher irgend so ein Eichhörnchen was oben auf meinem Wagen irgendwie sein Nest. Wo würde mich der Fotograf am wenigsten erwarten? Auf seinem Häuschen. Da ist sogar eine Dusche mit dabei. Okay. Dann gucken wir uns mal an, was wir da fabriziert haben. So, Kamera 1 ist die die spätere Kamera wahrscheinlich und Kamera 2 ist die hier ist das ist der Baum wo das Eichhörnchen runterkommen soll, glaube ich. Vielleicht hätte ich da den Boden ein bisschen mehr naja gut. Egal. Gucken wir mal was wir da angestellt haben. Ich hoffe jetzt einfach mal dass das hier so den Baum runterkringelt. Hallo? Achso, ich hab auf Slow-Mo. Ha, guck mal. Da ist er. Nein, nicht nach links gehen. Scheiße. Da, da ist er. Komm schon, komm irgendwo hier lang. Sehr gut. Sehr gut. Perfekt. Okay, 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 okay. Ah, nein. Okay, da ist es dann hinter den Steinen. Aber gut, das ist nicht so schlecht. Hätts schlimmer kommen können. Also von der Kamera aus hinter dem einen Stein irgendwo reingehört. Gerade voll investet. Das Thema ist mir sehr wichtig. Nimm das ernst. Glück wird das alles auf VHS aufgezeichnet, exakt. Okay, dann gehen wir direkt wieder raus. Wir schlafen erst gar nicht. Direkt raus hier. Okay. Bin ich hier nochmal hochgekommen? Shit, die Kamera steht noch auf der anderen Seite. Hallo, bist du ein Kobel? Gucken wir erst mal die andere Kamera. Die Meter, dass wir vor dem Bildschirm sitzen und dem zuschauen, wie er vor dem Bildschirm sitzt und ein Spiel spielt, in dem er vor dem Bildschirm sitzt. Ja. Oh. So. Da machst du dir kein Bild von. Gut, jetzt müssen wir den Stein finden. Welcher Stein war das jetzt nochmal? Also wir haben von hier irgendwie, warte mal, wir gucken nochmal von hier vielleicht drauf. Das war der zweite Stein, glaube ich, ne? Welcher Stein ist denn das? Wer da? Ist doch bestimmt in dem Baum, oder nicht? Hier ist es auf jeden Fall rein. Was hier wäre? So. Hier ist es rein. Ich könnte jetzt aber auch hier noch irgendwie ne Abzweigung nehmen und hier wieder langlaufen. So, und wir sollten ja auch noch eigentlich Dina das Bild faxen. Ich beräuche hier. Das sind doch keine Eichhörnchen. Wo sind wir jetzt nochmal gekommen? Von hier, ne? Jetzt muss ich wieder meinen Eichhörnchen-Sinn aktivieren, wie vorhin. Das hat ja auch gut geklappt. Ich glaube, ich würde den Baum hier nehmen. Ist das hier nicht vielleicht so ein Kobelnest? Jetzt denke ich, das ist ein ganz normaler... Ah, ist das ein normaler Busch? Rum, ohne Ast. Aber macht es keinen Sinn, was zu verstecken. Könnte aber natürlich auch noch hier weiterlaufen. Okay, ähm... Ich glaube, ich würde gern die Kamera irgendwo hier hin platzieren, damit wir auf jeden Fall sehen, wo es hinläuft. Man müsste es ja eigentlich hier rauskommen und wir sehen, ob es links oder rechts geht. Wir könnten eigentlich noch ein bisschen die Kamera runterneigen. weil... Na gut, außer es läuft hier den Baum hoch. Wir müssen ja, glaube ich, hauptsächlich erstmal den Weg sehen. So. Kamera 2. Nehmen wir jetzt hier den Baum drauf. Wir haben sehen, wenn es hier den Baum hochkraxeln würde. Aber wo... Wo stellen wir die zweite Kamera hin? Vielleicht hier in die Richtung? Wenn ich ein Eichhörnchen wäre, würde ich wahrscheinlich in die Richtung laufen. Weil da mehr Bäume sind. Ihr sagt mir Bescheid, ne, wenn ihr große Einwände habt oder irgendwelche besonderen Hintergrundinfos zu Eichhörnchen, dann immer raus damit. Wenn sich hier so ein paar, weiß nicht, so Hobby mäßig ein paar Eichhörnchen-Experten im Chat verstecken. Ich würde sagen, ich packe die jetzt einfach mal hier hin und wenn das Eichhörnchen hier vorbeikommt und irgendwo hier in den Wald läuft, dann... dann sehen wir es. Auf dem Weg nach Hause können wir ja schon mal gucken, ob wir hier in irgendeinem Nest vorbeikommen. Ich habe auch so Angst, dass hier jetzt mal irgendwo im Boden eine Falle mit mal drin ist oder so. Und wir kommen jetzt mal so Kannibalen, die mich aufessen. naja, okay. Ups, Entschuldigung. So. Gucken wir mal. Wo bleibt der Slenderman? Ich hoffe, er kommt nicht. Keine Lust drauf. Ist eigentlich auch ein gutes Spiel, um Vorhersagen zu machen. Werden wir ein Eichhörnchen auf den Kameras sehen? Ja oder nein? Okay, dann gucken wir mal. So, jetzt möchte ich noch mal kurz checken. Das ist die... Das heißt, hier kommt es zuerst raus. Und dann werden wir sehen, ob es hier hinläuft, hier langläuft, hier langläuft, vielleicht hier einen Baum hoch. Und wenn es hier langläuft, sehen wir dann noch ungefähr, wo es vielleicht dahin geht. Let's see. Das wird jetzt erstmal ein bisschen dauern. Es muss ja erstmal hier vom vom Target über das Wasser hüpfen. Ist ja auch noch so komisch gelaufen. Ja, also. So. Okay. Überlegen, wo gehe ich lang? Links, rechts, geradeaus. Nein! Okay, jetzt läuft er links rein. verdammt. Vielleicht jetzt hier noch mal so hier hoch oder so. Nein. Okay, wir haben aufs falsche Pferd gesetzt. Schade. Ich bin kein gutes Eichhörnchen. Da müssen wir doch noch einen Tag damit verbringen, dieses Eichhörnchen zu kriegen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ein zweischneidiges Pferd. Eichhörnchen sucht, falsches Pferd gefunden. Mist. Okay, das Eichhörnchen läuft hier in diese Gasse rein. Kommen wir hier den Berg hoch? Leicht. Ja. Ich habe das Gefühl, wir sind hier irgendwo so ein Affenfelsen oder so. Kann es denn sein, dass der vielleicht die Nüsse auch irgendwie hier hoch trägt? Das Eichhörnchen von hinten aufgezäumt. Ja, genau. Der Affenfelsen. Oh Mann, ey. Irgendwie das Gefühl, das Vieh läuft hier aber hier unten zum Loch. Kommen wir hier hoch, ohne zu sterben. muss, 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 muss. Ha! Äh. Ich meine, das ist doch gestattet, oder? Das ist doch, also, wenn man, wenn, wenn ihr jetzt ich wärt, ihr würdet doch auch ein bisschen euch umgucken, oder? Nicht einfach nur alles komplett 100% auf die Kameras verlassen. Aber wie zum Teufel soll ich das denn jetzt ich muss es doch noch irgendeinen besseren wo habe ich das jetzt überhaupt gesehen? Kann man hier von hier irgendwie reingucken? Nee. Also da habe ich was gesehen. Wenn ich du wäre, ja. Wenn ich ich wäre, nicht. Was würde Möpor do? Große Frage. Ich muss mein ganzes Leben stelle. Kann ich hier von irgendwo anders reingucken? Oder ist das wirklich, muss ich diesen Winkel finden? Oder aktiviert sich hier irgendein geheimer Gang, wenn ich mit der Kamera das geschafft habe, da drauf zu gucken? Also ich gehe jetzt mal stark von aus, dass schon dieses Versteck gemeint ist. Aber die Frage ist... Oh! 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 Ähm... Na gut. Äh... Äh... Okay. Ähm... Ich habe ein bisschen Angst um meine Kamera, muss ich ehrlich sagen. Man weiß ja nie, ne? So ein Eichhörnchen. Die sollen ja auch Tollwut haben, habe ich gehört. Vielleicht, wenn man hier so reinkommt, sieht man dann die Kamera. Guck mal, es kommt hier so rein. Und lalala, guck mal, rechts sind meine Nüsse. Ja. Vielleicht könnten wir so Glück haben. Ich glaube, die zweite Kamera nehme ich dann einfach mit nach Hause. Zur Sicherheit. Damit ich einfach nur eine habe. Sollte irgendwas irgendwas passieren, was mit niemand rechnet. Ich habe jetzt irgendwie jetzt die Angst um mein Leben. ist gerade ein wenig gestiegen. Vielleicht ist es auch sehr vorsichtig wie so ein Schleichhörnchen. Bitte keine Schleichwerbung hier. Die haben schon genug Geld mit ihren ihren Tierchen. Vielleicht stellen wir die Kamera vor dem Wagen auf. Damit wir wissen, wenn sie kommen. Vielleicht auf den Eingang gerichtet oder so. Bei dem Nussvorrat ist es aber wohl eher ein Reichhörnchen. Vielleicht sollte ich meinen Death-Counter umändern bei solchen Spielen in den Joke-Counter oder so. den Möb-Counter. Nun gut, dann gucken wir mal was uns hier erwartet. Ich setze mich besser hin. Und ich hoffe, dass ich auf dieser Kamera nichts sehen werde. Alles klar, Nussi. Schön, dass du da warst. Gibt es eine schöne gute Nacht. Komm gut ins Wochenende. Wir arbeiten und Papa besuchen gehen. Alles Gute an den Papa. Ich hoffe, es gibt gute Neuigkeiten. Dann sehen wir uns. Ja, wir sehen, hören uns ja eh dann am Wochenende. So, auf geht's. Oh Gott. Was ist das hier denn jetzt? War das vorher schon da? Ach, das ist die Fahne. Ich denke mal, so langsam müsste es kommen. Ist ja noch nicht mehr viel Zeit. Oder haben wir das falsche Falsche Nest gefunden. Mhm. Ich glaube, es hat uns nicht gesehen. Ist er noch am Zündeln oder so? Ne, sieht nicht so aus. Einfach nur privater Vorrat. Okay. Ich glaube, ich möchte, ich will mal gucken, ob Nina auch damit in Ordnung ist, wenn wir ein Foto machen, wie es gerade hier so reinläuft. Das finde ich ein bisschen ein Tick zurück. Ne. Ich will mir nochmal. Ja. Ah, das sieht fast so ein bisschen aus, als hätte es uns gesehen. Das Bild ist aber auch schlecht. Ich glaube, es will die Bärenhöhle sprengen, weil der Bär die Eichhörnchen als Toilettenpapier benutzt. Das kann gut sein. So, wir müssen ein Foto machen von eins. Hier ist auf jeden Fall nichts passiert. Zumindest mir nichts aufgefallen. Das ist gut. Ähm, ja. Dann drücken wir das mal aus. und schicken das sofort an Nina. Oh, nicht im Mülleimer. Genau, Nina. Ja, Nina, das ist es. Ich weiß es auch nicht, ich kann es dir nicht sagen. Also ich war genauso geschockt wie du, Nina. Ähm, als ich das gesehen habe, dachte ich, Nina? Habe ich eigentlich jetzt mein Foto noch? Nein! Äh, Nina? Scheiße. Vielleicht hätte ich Nina noch, shit, ich muss, hätte ihr meinen, meinen Tanker schicken sollen. Äh, also mein, mein, das Bild vom Schiff. Ach, Mist. Sind wir jetzt woanders hingefahren? Scheiße, wir sind woanders hingefahren. Und ewig grüßt das Eichhorn. Na gut. Okay, also merken, wenn wir irgendwas cooles finden, direkt schicken. Jetzt ist wieder Tag 1, ja. Nina? Simon, hat er dich aufgeschlagen? Great. Ich will dir sagen, dieser Mann arbeitet harder als jeder von uns. Du weißt, der Grund, der Grund, er aus der Flucht früh jeden Tag ist, zu seinem anderen Job, zu cleanen, nach Stunden in einem Restaurant. Anyway, ich bin glücklich, dass ihr beide so investiert in das Erfolg unserer Projekte. Spiegel, sind Sie bereit für eine andere Aufgabe? Na klar. Sie sind in einer anderen Squirrels-Habitat. Ja. Ich warte, kein Problem. Ja, du hast mir was geschickt, höre ich gerade? Das ist alles. Ich habe dir das Mission Briefing und habe dein Equipment Und ich habe die letzte gewählte Location auf deinem GPS. Okay, alles klar. Danke, Nina. Mach's gut. Tschüss. Schönen Tag noch. Oh, okay. Das ist ja doch nicht so viel. Das sah irgendwie mehr aus. So. Bitte Faxen. Ja, die sind blöden. Gut. Jetzt drei Kameras. Och Mann, er ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich das Foto nicht geschickt habe. Das hätte bestimmt irgendein Achievement gegeben oder so. Oder vielleicht noch irgendeine Backstory oder was. Naja, okay. So, fünf. Finde das versteckte Eichhörnchen. Das Eichhörnchen in dieser Gegend besucht jeden Abend den gleichen Ort. Für unsere Datenanalyse benötigen wir ein Foto des Eichhörnchens, wenn es an seinem Vorrat ankommt. Na, na, na. Ja. Alles klar. Also alles wie immer eigentlich. So. Simon, was hast du uns denn hier alles Schönes? Tut mir leid, Grünschnabel. Alle guten Kameras wurden im Voraus von der Hirschbrigade gebucht. Du weißt ja, wie schlimm die sind. Diese Billigkameras müssten aber auch gehen. Die habe ich letzten Sommer für die Forellenforschung verwendet. Was heißt denn das jetzt? So. Das sind doch die zwei normalen Kameras. Was ist mit der hier? Was ist an der so schlimm? Was haben wir hier noch? Ach, den zweiten Fernseher wieder. Oh, den dritten Fernseher. Macht Sinn. Krass, wie viel Fernseher ich habe. Irgendwas Neues dazugekommen? Ne. Nun gut. Okay. Gucken wir uns erst mal die Gegend ein bisschen an, würde ich sagen. So, diesmal ist der, also Simon scheint gerne Äpfel zu essen. Jetzt sind hier schon drei. Toilettenpapier ist noch da, das ist gut. Keine Ahnung, muss das hier mit dieser, mit dem Blech hier liegen? Naja. So. Okay. Um. Gut. Ich denke, wir sind soweit. Das ist nur die Frage, können wir schon sehen, das ist Kamera 2, Kamera 1 und Kamera 3. Schauen wir mal mit Kamera 1. Und gehen mal zu dem Baum, Böhle. Fängt das hier an? Looks like it. Sollen wir dann in die Richtung vielleicht filmen? Aber ich meine, es wird ja wahrscheinlich nicht in, in die Richtung meines Wohnwagens laufen, oder? Wir möchten so eine Weitwinkelkamera, damit wir mehr... Kann man das auch irgendwie niedriger stellen, das Ding? Nee, überhaupt nichts. so. Ich würde jetzt mal vermuten, dass das Eichhörnchen nach links läuft. Es kommt also hier aus der Höhle vielleicht raus und läuft nach links. Eventuell. Ich meine, ich würde ja sagen, wir könnten die Orte, wo sie die Sachen verstecken, ja definitiv... Was ist das jetzt eigentlich? Ist das jetzt Wasser oder ist das kein Wasser? Nee, ist doch kein Wasser. Wasser? Nee. Das Steine? Ich würde eigentlich gerne diesen Gang hier beobachten. um zu gucken, ob es hier durchkommt und wo es hingeht. So, und dann gehen wir einfach auf gut Glück. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht wieder komplett daneben mit meinen Vermutungen. Aber kann es sein, dass die Zeit ganz schön gerannt ist? Ist es jetzt schon halb 10 oder habe ich so spät angefangen? Oder soll ich lieber in verschiedene Richtungen ausschwärmen? Ich habe jetzt das im Blick. Wenn es links langläuft. Vielleicht sollte ich auch weniger in die gleichen Richtungen gucken, weil wenn es jetzt hier nicht nach links läuft, dann habe ich schon mal zwei. Na gut, die ist okay. Zeigt mir dann eventuell gar nichts. Soll ich lieber so ein bisschen ausschwärmen? was ich nicht Oh boy. Ich bin hier reingesprungen. Hm. Ich meine, vielleicht sehen wir ja auch komplett andere Sachen. Wie wir eigentlich gar nicht sehen wollten. Wer weiß das schon. So, wir probieren es einfach mal so. Vielleicht gibt uns das ja ein paar Indizien, in welche Richtung das Eichhörnchen verschwinden wird. Oh. Es passiert mir öfter, dass ich mich selber aussperre. Okay. Also Kamera 1 hat das im Blick. Wir können ein bisschen sehen, wo es hinläuft. Wenn es nach links läuft, können wir sie eventuell hier mit auffangen und können gucken, wo sie hinrennt. Und wenn sie nach rechts läuft oder irgendwie da so hin, vielleicht kommt sie dann hier irgendwo raus. Mit ein bisschen Glück. Gucken wir mal. Wie lang geht das Band? Sehen wir das hier? So, da ist es. Auf jeden Fall sehr getarnt. Es geht aber nach links. Das heißt, wir waren hier eigentlich schon mal auf dem richtigen Riecher. Aber. Es ist gerade hier über den Berg gehüpft. Ich habe doch da gerade was gesehen. Wir sind jetzt mal eingebildet. Ist da was über den Berg gehüpft? Oder ist da nichts über den Berg gehüpft? Doch, da ist es doch. Zack. Okay. Da von dem Berg über den Berg. Ist es denn hier irgendwo noch zu sehen oben? Kommt es hier irgendwo raus? Mein weißen Kopfhörer, ja. Also du meinst meine Handy-Kopfhörer? Die habe ich hier. Wieso? Ja. Okay, also wir haben keine weiteren Indizien, dass hier irgendwie irgendwas ist. Ah, was ist von dem Hügel? Da rüber gehüpft auf den Hügel. Und dann ist ja schon, das ist ja schon relativ spät in der Aufnahme. Das heißt, allzu viel kommt da nicht mehr. Bis Sekunde 21. Da muss ja dann schon irgendwo das Nest sein. Das heißt, eigentlich müssten wir sie jetzt in dieser Nacht schon kriegen. Haben wir eigentlich in unser Heftchen geschrieben? Soll ein bisschen... Okay, alles klar. So. Okidoki. Dann haben wir vielleicht erstmal die von hier oben. Äh. Frage ist wieder, ob hier irgendwo noch ein anderes Ding in ist. So, das heißt, es ist von hier wahrscheinlich, ne? Von dieser Klippe nach da gesprungen. Das heißt, wir laufen jetzt mal um diesen Berg hier rum, um zu gucken, ob hier wieder irgendein versteckter Höhleneingang ist. Ansonsten klettern wir mal oben drauf. Oh. Ich hoffe, ich hoffe, ich werde wieder ein Foto machen. Das fotografiere ich mal lieber. Das ist mir suspekt. Ich muss nicht melden. So ist hier ein höhleneingang und wenn ja was hat dieses eichhörnchen gelagert? Der erste Guest ist in den Chat. So, wo ist es jetzt gesprungen? Von da nach hier irgendwo. Pizza finde ich gut. Sehen wir denn irgendwas in den Bäumen? Nein. Mietz, 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 Mietz. Wo hast du deinen Nussbliefer steckt? Oder sprintet die hier noch irgendwie mega weit rüber? Wo sind wir überhaupt? Ich meine, wir könnten halt auch provisorisch hier erstmal eine Kamera, aber eigentlich bin ich jetzt schon gewillt das Versteck zu finden, weil so weit kann sie eigentlich nicht mehr sein. Oder springt die echt da irgendwie rüber in, läuft aber ne, in der kurzen Zeit läuft hier hin und sprintet dann noch da rüber und springt da in das Zelt rein oder was? Hallo, bin ich hier bei der Vermittlung? Äh, ja. Wie kann ich ihnen helfen? Dring, du kennst dich doch mit Eichhörnchen aus, könnte ich wetten. Ich möchte gerne einmal mit dem Eichhörnchen wetten. Wir sind auf der Suche nach einem weiblichen Eichhörnchen, haben sie dieses vielleicht gesehen, Herr Dring? Es ist, äh, dringend. Ein Ding der Dringlichkeit. Das kann doch nicht sein, die muss doch hier irgendwo... Hier, ist das ein versteckter Gang? Ja, oder? Hallo? Nein. Hilfe. Ich bin gefangen. Aber es ist doch da hinten irgendwo, da ist sie doch rüber gesprungen. Die braunen kommen aus Amerika und die roten sind unsere heimischen Eichhörnchen, das habe ich gehört. Okay. Da haben wir schon mal was gelernt. Was stimmt, sagt der Andi. Hier nochmal um den Stein laufen, ob hier irgendwo was ist. Unter dem Baumstamm hier. Rotten. Da, wo das Böse herkommt. Ah, okay, ähm, also wir suchen hier ein Eichhörnchen. Ich befürchte, ich muss nochmal eine Hilfskamera aufstellen, weil ich nicht weiß, wo dieses Eichhörnchen innen gesprungen ist. Es ist doch von da gesprungen. Irgendwo hier hin. Ich meine, wir haben drei Kameras. Wir werden es aber mit drei Kameras irgendwie umzingeln können. Mit Lockrufen. Ja, Lockrufen habe ich schon probiert. Das hat leider noch nicht geklappt. Vielleicht können wir jetzt hier so ein Bermuda-Dreieck aus Kameras aufstellen. Und dann hat das Eichhörnchen keine Chance. Dann bin ich hier hochgekommen. Also. Okay. Au. Ich ziehe da in irgend so einer komischen Steinspalte hier. Danke für eure Community-Kanalpunkte. Kanalpunkte für die Community-Dingselhaftigkeit. Ich habe nicht ernsthaft darüber gelaufen, oder? Da komme ich doch niemals hin. Siehe ich da denn was? Ich muss doch irgendwo die Nüsse finden. Mh. Die letzte Kamera war da unten, ne? Wann ich doch irgendwo hier... Hallo? Hat hier jemand Nüsse gesehen? So, Kamera 3 aka Kamera 2 Wo bist du? Ich komme mir vor wie der Typie von Spider-Man Bringt mir die Fotos vom Eichhörnchen Ich werde mich so ärgern wie es dann einfach hier so durchläuft und irgendwo dahin rennt Das kann eigentlich nicht sein Es ist nicht mehr so viel Zeit Es hat nicht so viel Zeit wegzulaufen Ist hier vielleicht diesen schrägen Baum hochgelaufen Oh boy Vielleicht sollte ich nicht einfach auf irgendwelche Bäume klettern In UK ist eh alles schwarz-weiß Hallo Gott, ich habe so Angst in irgendeine Falle zu treten Ja gut, wir gehen zurück Meine Recherchen haben leider nichts gebracht Deswegen müssen wir auf die Kameras vertrauen Vielleicht kann die sich auch teleportieren oder so So Dann mal los Halten Sie Ihre Augen offen Ich brauche all eure Augen Da ist es Oh Gott, das kommt von allen Seiten Kamera 2 Wait Wir haben ein zweites Exemplar Oh, guck mal Wenn ich die Kamera noch ein bisschen Das gibt es doch gar nicht Oh nein, hätte ich die Hätte ich die ein bisschen runter geneigt Jetzt wird es spannend Welches ist jetzt welches von euren komischen Erzählungen Hier mit schwarz-weiß und Das heißt, das sind jetzt zwei UK-Eichhörnchen Und ein amerikanisches Eichhörnchen oder was Ach, so ein Wir stehen genau davor, ne Drei Eichhörnchen Ich fass es nicht Oh, das ist unseres Achso Wo spielt das Spiel? Weiß ich nicht Weiß ich nicht Habe ich entweder vergessen, nicht aufgepasst Oder wurde nicht gesagt Gut, Kamera 1 ist es mal wieder Wie immer Hallo, Kuri So, ich kann es nicht fassen Wir müssen sofort Nina kontaktieren In Spielien Nina, du glaubst nicht, was ich gefunden habe Kann es jetzt sein, ist jetzt Und hi Jay Äh, kann es sein Dass das rote halt das Weibchen ist Vielleicht Kann ich das zu Hause der beiden anderen Eichhörnchen finden Erinnert ihr euch noch? Welche Farbe das Eichhörnchen hatte Am ersten Abend? Schon, das war schon das dunkle, ne? Das dunklere Desher waren die alle hellen Ja gut, wir haben das eine ja leider nur sehr Schwach erkannt Am ersten Tag Wir haben ja nur gesehen, wie es vom einen Felsen zum anderen Felsen gesprungen ist Aber es war schon ziemlich Ein ziemlich dunkles Eichhörnchen Umzug top, Geburtstag top, alles top Sehr gut Ich mag die Optik, sie macht mir Kopfschmerzen Das stimmt Ja, dann nochmal alles Gute nachträglich, Jay Ich hoffe, du hast unsere Glückwünsche im Discord gesehen So, okay Haben wir jetzt eine neue Aufgabe? Noch nicht Kommt wahrscheinlich jetzt gleich, wenn wir den Tag starten Okay, das heißt, wir müssen Die zwei weißen Können wir das nochmal? Soll ich das nochmal abspielen? Soll ich das nochmal zurückspulen? Das eine kommt also von hinter Kamera 3 Kamera 3 müssen wir einfach nur umdrehen Um zu gucken, wo es hinläuft Und das andere ist wir aus Kamera 2 Wo sehen Schlägerei Schlägerei Ne, das Video pausiert ja leider Es hat immer nur eine bestimmte Länge Ich kann es nicht noch weiter angucken Kamera 1 Jetzt habe ich schon wieder verrafft Wo haben wir welche Kamera hingestellt? Ich habe gesagt Kamera 3 Kamera 3 umdrehen Kann sich das der Chat merken? Mach mal einen Screenshot Damit der Möpor seinen Twitch-Screen aufmöbeln kann Will er dann hier seine ganzen Szenen reinpacken Oder was? Kann ich gerne machen So Wenn der Möpor mal wieder so ein Talk hat Mit den zwei weiteren Personen Kann er die schönen Screens packen Und hier kommt der Hier kommt der Anni rein Kamera 2 etwas nach rechts Hab ich mir gemerkt Du kannst los Ihr sollt doch nicht gegen mich spielen Also Kamera 3 umdrehen Kamera 3 umdrehen Kamera 3 umdrehen Der andere kommt von da Kamera 2 irgendwo her Na ja wird schon schief gehen Kamera 3 umdrehen Aber die haben schon einen ziemlich weiten Weg hinter sich Die werden ziemlich weit So das war glaube ich Kamera 1 Kann das sein? Nein Kamera 2 So hier haben die sich ja gesammelt Wo kam das andere nochmal her? Das andere war irgendwie nach da Ne? Das eine werden wir mal irgendwie vielleicht in die Richtung gucken lassen Würde ich jetzt einfach mal sagen Der kommt irgendwo von meinem Wohnwägelchen vielleicht So ich soll jetzt nur die anderen Jetzt hab ich wieder vergessen hier Nina das Das Häuschen dazu schicken So Und dann vielleicht können wir ja noch einen so quer stellen Der auch vielleicht beide Sachen sieht Dann wird es aus dem Häuschen sein Ich hoffe So hier erhöhte Position Schön einmal hier so quer Quer reinschießen So Dann schicken wir Oh Telefon Oh ich komme Ein Moment Nina ja hallo Hey there Look I just found out something really weird Ja erzähl Oh sorry du hast noch einen Sinn Simon didn't pick up And he's not really the most chattery bird in the cage anyway If you catch my drift So You know how our study seems to be so well fun Nee warum erzähl How I have way more money now than I did 15 years ago I mean it's not like I'm rich but I could hire you at least Erzähl Well It turns out that it's not Viago being generous They've actually received a donation From an unknown source Hm No My bosses wouldn't give me any more information But it's weird right Der ist richtig weird Der ist richtig weird I hope I hope It's not weird in a bad way Na ja gucken wir mal Äh gucken wir mal was also weiß ich nicht Ne Aber Komisches schon Nina hast recht Tschüss Okay ähm Naja wird schon nichts weirdes passieren Ähm was wollte ich noch machen Ich wollte auch noch Ach genau Nina Warte Nina Äh Warte Hier Nina Guck dir das mal an Hallo Nina Ja ja ich weiß Geh nochmal Ja okay Ähm Gut Dann ist das halt nicht interessant Dann gucken wir mal was unsere Kameras so Aufgefangen haben So Da sind wir So das ist jetzt die Kamera Die guckt da in Richtung Holz rein Die guckt Wo ist das denn jetzt nochmal Die ist jetzt Achso das ist die Quer-Guck-Kamera Und das ist die die in Richtung Okay alles klar Wenn die Eichhörner Das Baumhaus gebaut haben Vielleicht Ja Könnt schon sein Aber es kam halt keins aus der Richtung Glaub ich Ach guck mal Dringer hat auch den gleichen Witz gemacht Wie ihr vorhin Ne Mit dem Eichhorn Ist ein großes Eichhörnchen Ein Eichhorn Dem Rotkehlchen hat er noch Hinzugefügt Das ist gut Sein Rotkehlchen Sein Rotkohl Kaufe ich jetzt nur die Maus Oder neue Indier-Kopfhörer Wofür die In-Ear-Kopfhörer Sind meine kaputt Oder Ja hier der Andi Und der Möbo Die haben deine Witze Einfach kopiert Ich habe auch gesagt Dass das so nicht geht Aber Wollten nicht auf mich hören Ich will sie nicht Noch mehr kaputt machen Da gab es neulich Einen guten Thread Auf Twitter zu Mit den Einhörnern Und so Hm Aber deswegen brauchst du dir Auch keine neuen In-Ears kaufen Oh naja Du machst das schon So Wir gucken uns jetzt hier Unser Dings an Footage Wollte ich sagen Nicht Feedback Footage Oh wir sind auf Schildkröten Geschwindigkeit Brotkehlchen Hm Ja du kannst sie auch noch Weiter benutzen Wenn dich das nicht stört Dass die da so Brotkehlchen Und Axthasen Am besten die Maus Beim Händler raussuchen Und da bestellen Wenn es keine Hunde mehr Zu kaufen gibt Dann Kauft man sich eben Mäuse So Entschuldigt Leute Ich muss hier mal kurz Was Was für die Wissenschaft Da habe ich eins kurz gesehen Oh Das war aber schnell Oh da läuft eins runter Ich bestelle mal Sonst dauert es nachher So lange Bis die neuen da sind Wenn die alten kaputt gehen Und überhaupt Echt jetzt Oh Und hallöchen Tempo Wie geht's Wie steht's Einen schönen Abend Oh wir sind ja eigentlich Auch schon Wir gehen ja langsam Aufs Ende zu Oh man ey Hab ich ja richtig Mist gebaut Also wir haben Für eine Sekunde In Kamera 2 Ein Eichhörnchen gesehen Und wir haben in Kamera 3 Irgendwas gesehen Aber stimmt Wir müssen das eigentlich Warte mal Wir müssen das ja eigentlich Andersrum denken Das heißt Das eine kommt auf jeden Fall Hier aus dem Holzgedönse raus Weil Die laufen wir ja immer Wir wollen ja den Ursprungspunkt finden Aber die laufen natürlich Immer noch Wir haben jetzt nicht Die Szene gewechselt Dass wir jetzt irgendwie sehen Dass wir wieder nach Hause rennen Sondern Wir sehen ja immer noch Wie die auf diesen Sammelpunkt zulaufen Also eins kommt auf jeden Fall Von hier Und das andere Kommt halt nur hier Irgendwie vorbei War echt komisch Dass wir hier nichts sehen Auf dem Ding Was macht man Wenn ich zu viel Kartoffelbrei gegessen habe Ich fresse einen Besen Nach BB Blocksberg Okay Okay Alles klar Ich mache hier mal weiter Wart euch nicht um mich Okay Der kommt also da Irgendwie von links Vom Links vom Berg Kann das denn wirklich sein Dass man hier nichts sieht Auf diesem Monitor Gar nichts Krass Na ja gut Genau Bei Cam 3 Kommt es hier aus dem Holzstapel raus Das heißt Da müssen wir in die Richtung Weiter gehen Und bei dem hier Müssen wir irgendwie Irgendwas hier machen Aber man muss auch dazu sagen Wir sind ja hier wieder Relativ weit am Ende des Footage Wir müssen im Prinzip Den Punkt hier rausfinden Hier starten die Eichhörnchen Die starten hier Und laufen dann alle Zu diesem Sammelpunkt Den wir vorhin Gezeigt hatten Wo sich die drei Eichhörnchen getroffen haben Und das heißt Wir haben sie jetzt Einmal irgendwie hier so gesehen Bei der Hälfte Und den hier Gerade so kurz vor Schluss noch Der kam ja ein bisschen Spät zum Meeting Wohnt im Holzstapel Ich habe das Gefühl Die wohnen noch weiter hinten sogar Gut Ich glaube wir stellen jetzt Ein letztes Mal Kameras auf Bevor dann auch schon wieder Feierabend ist für heute Ja irgendwie ging die Zeit Dann doch relativ schnell rum Fand ich Hätte ich jetzt Hätte ich gesagt Nicht gedacht So Also ein Eichhörnchen Kam von hier Und kam irgendwie hier Aus diesem Loch raus War komisch Dass wir das nicht gesehen haben Die Frage Sollen wir jetzt Aber dann sind wir hier so In In Baby Steps Unterwegs Wenn wir jetzt einfach nur Die Kamera mal hier In diesen Gang rein halten Wir müssten ja eigentlich Ziemlich Also entweder das chillt hier Die ganze Zeit Und läuft dann erst So kurz vor knapp los Aber da haben wir nichts gesehen Von hier kommt eigentlich nichts Aber wir haben es halt auch Nicht gesehen Wie es hier irgendwie Rausgekommen wäre Weil sonst hätten wir es ja Eigentlich auf Auf der Kamera sehen müssen Oder Ne Spuren hinterlassen die nicht Also zumindest nicht Dass ich wüsste Aber vielleicht war es Irgendwie kann es vielleicht sein Dass das andere irgendwie Von da kommt Und hier außerhalb des Frames war Ne Eigentlich nicht Dann hätten wir es hier Irgendwo gesehen Oder wir haben nicht gut genug Aufgepasst Alles klar Möper Danke dass du da warst Dann sehen wir uns Wahrscheinlich morgen früh Wieder im Frühstückszock Bei dir Beziehungsweise bei Insert Moin Die Leute die Möper Noch nicht kennen Der streamt morgen früh So ab 6 bis 8 Uhr Immer bei Insert Moin Auf dem Kanal Da gibt es wieder Das aktuelle Epic Game Das heißt glaube ich Pine Hast gerne ein Follow Bei Insert Moin Und bei Möper Selbst da Genau ab 6 Uhr Genau deine Zeit Kuri Und da bekommen wir Besuch vom Vom Bro Hallo Hallüchen Beste Leben TV aka Bro Danke für dein Raid Und Hallüchen an alle Raider Habt ihr uns auf frischer Tat Da tappt es Das ist nicht das Wonach es aussieht Wir gucken hier nur nach Einem Eichhörnchen Wir sind keine Stalker Hallo Ibru Hallo Bro Hallo Einwiesen Hallo Audrey Habt ihr denn gezockt? Bestimmt Habt ihr wieder Skyrim Gezockt Habt ihr heute nicht auf dem Schirm Aber ich vermute Skyrim Wir spielen hier gerade Nuts Und unsere Aufgabe ist es gerade Eichhörnchen zu finden Dafür stellen wir immer unsere Kameras auf Und Und dann versuchen wir In der Nacht Dieses Kamera footage auszuwerten Und dadurch Eichhörnchen zu finden Ich schaue wie viel Holz ich vor der Hütte hab Quasi Ach heute war Fallout 4 Ach stimmt Fallout hast du ja auch noch gespielt Dann war das wahrscheinlich heute bei Lee nur so mit Skyrim Talk Ach stimmt Gestern hast du ja glaube ich auch Fallout gemacht Ach ja Mein Gedächtnis Ist nicht das Beste Ist auf jeden Fall ein sehr Ungewöhnliches Spiel Was wir heute wieder spielen hier Hier gibt es wieder nur Stranger Spiele bei mir Wir stellen jetzt einfach mal eine Kamera hier komplett auf die andere Seite In der Hoffnung Möglichst guten Blick auf das Eichhörnchen zu erhaschen Achso der Talk war nur weil du Angst vor Höhlen hast Na gut Ich hab aber jetzt die dritte Kamera vergessen Achso warte mal die wird mir ja angezeigt Ich hab vergessen wo meine dritte Kamera ist Also eine Kamera zeigt jetzt auf diesen ganzen Holzpart hier eine Kamera Die hatten wir jetzt glaube ich da hingestellt Ich würde fast sagen wir stellen einfach noch hier einer hinten in den Wald rein oder so Klar will ich das Eichhörnchen sehen Das ist doch unsere Aufgabe Ich bin mir nicht so sicher ob das so eine gute Idee ist mit der Kamera da oben Die sieht glaube ich nicht so viel ne Alles klar Bro danke für deinen Raid Wir gönn dir noch was leckeres zu essen Auch wenn es ganz schön spät ist mittlerweile Aber gut Das soll ja ein Mythos sein Dass man so spät nicht mehr essen soll Ähm Bis zum nächsten Mal Bestimmt bis morgen bei Lee Das sind Studenten Achso Haben die Haben die einen Studentenmagen Vielleicht richten wir einfach mal eine Kamera auf dieses Dubiose Zelt Vielleicht kommt ihr von da Und ein Eichhörnchen runtergerüpfst Wie geht es denn dem Rest? Kennt ihr dieses Spiel? Vermutlich nicht Wie gefällt euch das Spiel auf den ersten Blick? Auf einer Skala von Ne sagt es besser nicht Dann bin ich nachher wieder traurig Man kann Essen tun wann man will So jetzt gucken wir uns mal Äh An was die Kameras so aufnehmen werden Das ist ein sehr spannendes Ein sehr actionreiches Spiel Ist das schon das Eichhörnchen? Aha Da ist doch auch ein Eichhörnchen Ich finde die Farben toll Wird nur anfangs auch gewöhnungsbedürftig Ja der Stil ist auf jeden Fall sehr Ich hoffe das reicht der Äh der Nina Als Beweis Sollen wir noch ein bisschen vorgehen? So wir drucken jetzt einfach mal Bild 1 und hoffen dass Nina sagt okay geht in Ordnung und dann gucken wir mal weiter was da auf Kamera 3 abgeht Kamera 3 haben wir nämlich unser Zelt Hörnchen Würde ich sagen Mann sorgen Das ist doch kein Zufall oder dass das da so hell ist Nee 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 Mann ich wills genau dazwischen haben Ach komm egal Gut dann drucken wir noch 3 aus und dann haben wirs doch hier perfekt Kaum sind Besucher da läufts hier wie am Schnürchen Genau 2 auf 1 Streich So Schön ausgedruckt Ja Nummer 1 Nina Ja 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 gut das stimmt ja 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 den Anna habe ich auch schon schicke ich dir gleich rüber ne Kommt sofort brauchst nicht äh 2 Minuten Nee Eine Minute Und Warte mal Oh Entschuldigung Vielleicht doch 2 Minuten So Hi Nina ich bin's Was ist das? Es sieht aus wie jemand hier lebte Aber jetzt wurde es von den Skrullern Ja vorhin hat es sich noch nicht interessiert Ja Dankeschön Nina Alles klar mach ich Schönen Abend noch Ciao Ja dann würde ich ja fast sagen ist das eigentlich ein perfekter Moment Um hier erstmal Schluss zu machen für heute Oh Dann ist auch schon wieder der nächste Tag Der nächste Tag 1 Ähm Ja was sagen wir denn zu Nuts bisher Ja Es ärgert mich immer noch sehr dass ich Das Bild von dem Tanker nicht rüber geschickt habe und jetzt in dem zweiten Level Aber wir haben ja eigentlich alles gesehen oder? Habe ich noch irgendwo was übersehen? Hätten wir da auch irgendwie so ein Secret finden können Was wir hätten fotografieren können und so Also das Gameplay ist natürlich relativ simpel bisher Die Überraschung war natürlich ganz interessant Mit dem Eichhörnchen was Streichhölzer Hölzer Und ähm Nussig im Abgang Streichhölzer und Dynamit hortet Und ja es scheint ja auch so als würde das Spiel noch in eine Komische Richtung abdriften mit dem Unternehmen was irgendwie komische Sachen Und die Geldförderung und so weiter und so fort Der Stil ist natürlich sehr besonders und gewöhnungsbedürftig Kann ich verstehen wenn einige Leute da sagen Boah ne Sieht ja richtig kacke aus Aber ich finde es auch mal eine angenehme Abwechslung Ähm ich denke Weil ich auch schon geguckt habe Wie lange das Spiel so ungefähr gehen soll Dass das Spiel eigentlich nicht allzu lang ist Von daher werde ich es wahrscheinlich auch noch zu Ende spielen Ähm ich fand es zumindest ganz interessant Als ich das auch beim Steam Game Festival angespielt habe Dass man da als Streamer halt auch so ein bisschen So tun kann oder in die Rolle schlüpfen kann des Charakters Ähm ja Ich weiß nicht ich hoffe es war Dass das ein bisschen rüber kam und äh Unterhaltsam für euch war trotzdem Ähm ansonsten könnte ich mir fast vorstellen Dass natürlich das Gameplay doch recht reduziert ist Mit Kameras aufstellen, Footage angucken Kameras neu aufstellen Ja Nicht so easy auf den Augen Das stimmt Das Bild ist mir etwas zu negativ Der Plot war bis jetzt eigentlich nur Dass wir halt hier in dieses Resort kamen Was vor 15 Jahren oder so schon mal Ähm von einer Von der von der Nina Untersucht wurde Und aufgrund der Eich Der naturgeschützten Eichhörnchen Ähm durfte dann hier nicht gebaut werden Aber jetzt scheint wieder irgendein neues Unternehmen hier Zu sein, was ähm Interesse an diesem Gebiet hat Und wir müssen halt wieder gucken Dass die Eichhörnchen quasi noch da sind Und hier immer noch nicht gebaut werden darf Weil Nicht okay ist Aber es war halt ein bisschen komisch Dass die Eichhörnchen halt anfangen Dynamite und Streichhölzer zu sammeln Und In einem Zelt auf dem Baum wohnen Wenn man auf einem Trip ist Ist das Bild dann normal für ein Das kann ich ja leider nicht beantworten Aber kenne ich mich nicht aus Ach guck, ich streiche das leider Ja Ich weiß, ich kann Ich tue mich schwer damit Für das Spiel eine Empfehlung auszusprechen Ich glaube, wenn man das sich jetzt angeguckt hat Diese ungefähr zwei Stunden mit dem Spiel Und sagt, das ist nichts für mich Dann ist es wahrscheinlich auch nichts für dich Und wenn du sagst Oh, das sieht irgendwie interessant aus Ich will mehr wissen und selber spielen oder so Dann Ich glaube ich Das hängt wahrscheinlich jetzt sehr stark davon ab Wie das Spiel weiter geht Und dann auch endet Vielleicht ist es Geht es dann in so eine Richtung Wie jetzt ein Stanley Parable oder so Dass man sagt Okay, das Spiel ist dann doch so cool Von der Story auch Dass man es empfehlen würde Aber Ich glaube ansonsten Ist es ein bisschen zu speziell Um das zu empfehlen Also Würde ich jetzt eher sagen Guckt euch das an Oder wenn ihr das jetzt gesehen habt Und Macht euch dann besser Euer eigenes Bild Gut Das war es erstmal von Nuts Das geht dann wahrscheinlich Irgendwann die Tage In den nächsten Wochen weiter Ich werde dann noch weiter Buddy Simulator zu Ende spielen Aber dann Werde ich denke ich auch Nuts noch beenden Ansonsten Ansonsten habe ich aktuell Keine weiteren Keys Im Angebot Das heißt Wir können erstmal so Spiele von meiner To-Do Liste spielen Wie lange Buddy Simulator geht Wenn es nach How long to beat geht Müsste ich damit eigentlich schon durch sein Aber ich bin halt einfach Scheinbar ein sehr langsamer Spieler Aber naja Auch nicht die Alicia Was für eine Alicia Was? Habe ich jetzt wieder irgendeinen Gag nicht verstanden? Ach Alicia Keys Haha Äh ne Ich habe heute beim Utz gesehen Von den Indie-Sträulchen Der hat heute nochmal Dead Cells gespielt Mit den ähm Mit den Twitch Mit der Twitch-Integration aktiviert Das fand ich ja Ich habe ja noch nie Dead Cells gemacht On Stream Das würde mich eigentlich ja auch nochmal interessieren Und dann wäre es vielleicht ganz gut Weil Dead Cells kennen natürlich die meisten schon Aber vielleicht eine Session Wo ihr dann Über den Chat wieder das Spiel steuern könnt Finde ich dann eigentlich doch nochmal ganz interessant Und es ist auf jeden Fall was dynamischer und umfangreicher Als ähm Als es bei Legend of Keepers der Fall war Ähm ja Vielleicht kommt ja irgendwann In naher Zukunft mal Dead Cells Und ihr dürft dann Ähm mir das Leben zur Hölle machen Gut Und da kommt noch äh Ein Raid von der lieben Lucy rein Ähm Eigentlich wollte ich das Video abmoderieren Aber gut Jetzt nehmen wir uns noch die Zeit hoch Hallöchen Lucy und Gang Vielen Dank für euren Raid Ich begrüße euch recht herzlich Wir sind aber leider Auch gerade so ziemlich am Ende des Streams Was habt ihr denn Schönes gespielt? Ich überlege kurz Ich habe es vorhin gesehen Was du gespielt hast Aber mein Gedächtnis War es Seven Days Ne Nicht Seven Days Sondern das andere Äh Dead by Daylight And again Ja gut Das liegt aber wahrscheinlich auch an der Uhrzeit Aber wir gucken gleich mal Ob ich euch vielleicht Dann trotzdem zu jemand anders Weiterraiden kann Damit ihr trotzdem Nicht ins Bett gehen müsst Aber Hallöchen erstmal Hi viel Lute Hallo Lute Was habt ihr gespielt? Wie war es? Wir haben heute Nuts gespielt Ihr seht jetzt gerade noch hier Den Screen Ähm Ich sage jetzt erstmal ganz kurz Zwischendurch Tschüss YouTube Hier mache ich jetzt erstmal einen Cut Für das Video Ähm Ja wir sehen uns im nächsten Video YouTuber Ich muss jetzt hier mit Twitch mich Äh Äh Weiter beschäftigen Wir sehen uns im nächsten Video Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal